Liebe Zuhörer, Sie alle wissen, wir leben in turbulenten Zeiten. Die weltpolitische Lage ist kompliziert, unruhig, durch einige Krisen geprägt und daher für viele von uns besorgniserregend. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute einen Mann zu Gast habe, der lange Jahre in der deutschen Politik ganz oben mitgespielt hat und uns zu unserer heutigen Frage besondere Einblicke geben kann, nämlich Professor Volker Kauder. Er war zwischen 1990 und 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2005 bis 2018 der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und damit der am längsten amtierende Vorsitzende in der Geschichte der Fraktion. Und was ihn als Politiker auch auszeichnet, ist, dass er sich immer offen zu seinem christlichen Glauben bekannt hat. Daher spreche ich mit ihm heute über die weltpolitische Situation und was das uns als Christen angeht. Seien Sie gespannt auf das, was Herr Kauder zu sagen hat. So, jetzt freue ich mich sehr, dass er hier bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, Herr Kauder. Guten Morgen. Herr Kauder, Sie waren viele Jahre in der Politik aktiv und auch ganz oben mit engagiert, nicht zuletzt durch Ihre langjährige Tätigkeit als Fraktionsvorsitzender in der CDU. Wie blicken Sie auf die aktuelle politische Situation? Was zeichnet unsere Welt heute aus? Ich blicke mit großer Sorge auf die Situation, sowohl auf die innenpolitische, wirtschaftliche Lage in unserem Land, aber vor allem auf die außenpolitische Lage, die doch zeigt, dass der Glaube daran, dass der Friede ewig halten könnte, nicht eintritt. Die großen Konflikte, die wir haben mit Russland und der Ukraine und dann das Weltmachtstreben von China, das muss uns schon aufmerksam sein lassen und muss auch deutlich machen, dass wir unsere Interessen, die Interessen Europas, glaubwürdig vertreten müssen. Sie haben das eben schon angesprochen, die aktuellen Krisen unserer Zeit drehen sich ja aktuell vorwiegend um den Russland-Ukraine-Krieg und auch die Situation in und um Israel. Wie schätzen Sie diese beiden Kriege ein, vor allem auch aus Ihrer Perspektive, wo Sie ja lange Jahre politisch tätig waren? Der Überfall von Russland auf die Ukraine ist ein unglaublicher Tabubruch. Wir waren uns alle einig, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Grenzen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden dürfen. Dieses Tabu hat Russland brutal gebrochen und deswegen ist es völlig richtig, dass wir die Ukraine unterstützen. Im Übrigen, wenn Russland diesen Krieg gewinnen könnte, dann hätte das unglaubliche Konsequenzen für uns in Europa, denn das wäre dann nicht das Ende. Und der Krieg in Israel, da muss immer deutlich gemacht werden, Israel wurde letztes Jahr überfallen von der Hamas. Es wurden Frauen, Kinder, alte Leute mitgeschleppt, Frauen vergewaltigt und dass da Israel seine Sicherheitsinteressen wahrt, ist völlig klar. Und das ist der Ausgangspunkt. Natürlich muss auch dafür gesorgt werden, dass die Menschen im Gaza ernährt werden können, dass sie versorgt werden können. Aber es muss immer klar sein, der Aggressor war die Hamas. Jetzt ist unser Thema ja nicht nur die weltpolitische Lage, sondern auch die Frage, was das mit uns als Christen zu tun hat. Sie haben sich in Ihrer politischen Laufbahn nie hinter Ihrem christlichen Glauben versteckt, sondern im Gegenteil sich offen zu ihm bekannt. Inwiefern würden Sie sagen, hat die Bibel eine Bedeutung oder auch etwas zur aktuellen politischen Lage zu sagen? Also die Bibel fordert uns Christen ja auf, Verantwortung zu übernehmen. Und in einem wunderbaren Gleichnis erzählt uns Jesus Christus, was wir zu tun haben mit den Talenten, mit denen wir ausgestattet wurden. Jesus Christus sagt ja nicht, ihr habt große Fähigkeiten bekommen. Und jetzt wartet mal ab, was der liebe Gott daraus macht, sondern ihr selber müsst was machen. Und das heißt, wir sind als Christen in der Situation aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten. Einmal den Menschen, die im Augenblick in großer Sorge sind, die vor Krisen, Kriegen, Ängste haben, denen sagen, wir als Christen wissen, wir sind aufgehoben bei Gott. Er bleibt bei uns und steht bei uns fest in Gottes Hand. Diese Botschaft den Menschen zu bringen, da wird mancher uns angucken, aber wir werden ihm sagen, das ist unsere Position. Und zweitens, dass wir denen, die in Not sind, beistehen müssen. Und das muss unter anderem auch heißen, dass derjenige, der Gewalt anwendet, damit rechnen muss, dass ihm diese Gewalt untersagt oder genommen wird. Ich mache ein kurzes Beispiel. Als vor einigen Jahren im Irak der IS Christen und Jesiden verfolgt hat und in den Osten getrieben hat im Irak, habe ich den Chef der Kurden, Barsani, gebeten, er soll doch die Christen verteidigen. Und daraufhin hat er zu mir gesagt, ich verlange nicht, dass sie ihre Söhne und Töchter schicken, aber dann müssen sie mir Waffen schicken, damit ich es machen kann. Es war eine Riesendiskussion, ob man Waffen in ein Krisengebiet schicken kann. Und da habe ich im Deutschen Bundestag gesagt, wenn wir keine Waffen schicken, werden die Jesiden und die Christen im Irak ermordet. Können wir das als Christen verantworten? Die Antwort war nein und wir haben Waffen geschickt und die Christen und Jesiden wurden geschützt. Ein Beispiel dafür, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Da kommt man ja auch unter Christen in ethische Debatten und auch biblisch-theologische Kontroversen. Was würden Sie oder was haben Sie denjenigen Christen auch gesagt, die gesagt haben, das ist zum Beispiel mit der Bergpredigt nicht vereinbar? Denen sage ich, dass die Bergpredigt kein unmittelbares politisches Regierungsprogramm ist, sondern denen sage ich, dass wir im Gesamtkontext der Bibel sehen müssen, dass Gott sagt, ihr müsst einander beistehen. Das Größte, was ich euch mitgeben kann, liebt einander. Und das kann heißen, dass wir in bestimmten Situationen auch handeln müssen, um verfolgte Bedrängte zu schützen. Es kann doch wohl nicht die Botschaft sein, wenn einer durchdreht und Menschen ermordet, gewalttätig ist, dass wir dann zuschauen und sagen, es ist so. Das kann nicht die Botschaft von engagierten Christen sein. Ich teile die auf jeden Fall nicht. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir in bestimmten Situationen, wie jetzt in der Ukraine, dort werden die Menschen ja im Osten der Ukraine furchtbar drangsaliert oder im Irak sind sie gefoltert und getötet worden, dass wir dort auch mit Waffengewalt Einhalt gebieten müssen. Um das Leben zu schützen. Um das Leben von bedrängten Menschen zu schützen. Wir greifen nicht an, aber wir wehren ab. Also was wäre das für eine Botschaft, wenn man sagen würde, unsere Polizei darf in Zukunft keine Gewalt mehr einsetzen? Na, da würde ich mal sehen wollen, wie die Gangster da ihr Unwesen treiben. Jetzt lautet der zweite Teil unserer heutigen Fragestellung, was das uns als Christen angeht. Sie Was würden Sie nochmal auf grundsätzlicher Ebene sagen? Inwiefern geht die politische Situation unserer Zeit uns als Christen an? Also viele stehen ja eher daneben und beobachten das oder sind ganz passiv und sagen, ja Gott wird schon zu seinem Ende kommen. Aber inwiefern geht uns das mittelbar oder unmittelbar etwas an? Also ich glaube, dass wir Verantwortung dafür übernehmen müssen, was in unserem engsten Umfeld auch in unserem Land geschieht. Wir wollen ja dieses Land unseren Kindern und Enkeln erhalten. Und Verantwortung dafür zu übernehmen heißt, alles zu tun, was wir können, um Sicherheit, aber auch um wirtschaftliche Sicherheit in unserem Land zu garantieren. Und da gibt es ja schon viele Christen, die diese Verantwortung übernehmen. Auch hier im Umfeld unserer Hochschule in Gießen, wo ja viele Menschen dabei sind, sie zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass aus dieser Hochschule qualifizierte junge Leute hervorgehen. Und so gibt es andere, die in der Wirtschaft Verantwortung übernehmen. Das heißt für mich, wir Christen stehen mittendrin, nicht daneben. Wir sind Mitspieler und nicht Zuschauer. Was hat Sie diesbezüglich von den Christen in den vergangenen Jahren enttäuscht? Zunächst einmal rede ich davon, was mich begeistert hat. Und zwar bei meinen vielen Reisen in Länder, wo Christen bedrängt, unterdrückt oder verfolgt werden, habe ich eine unwahrscheinliche Glaubenskraft festgestellt. Gerade dort, wo die Christen besonders unter Druck und in Not waren, war eine Zuversicht, dass Gott ihnen beisteht, unwahrscheinlich. Wenn ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich oft das Gegenteil erlebt. Verzagtheit, Mutlosigkeit. Man hat sich zurückgezogen. Und ja, auch viele Christen haben ihre Kirche verlassen. Was glauben Sie, woran liegt das, dass der Unterschied da so markant ist? Vielleicht ein bisschen daran, dass man im Wohlstand glaubt, man brauche Gott nicht. Und da liegt es nun an uns, den Menschen zu zeigen, dass der Mensch schon darauf angewiesen ist, dass er einen Beistand hat. Denn auch im Wohlstand gibt es schwierige Situationen. Das erleben wir ja immer wieder. Da kommt irgendein Ereignis, das einem aus der Bahn wirft. Und dann ist es, fühlt man, da könnte man Hilfe gebrauchen. Und deswegen glaube ich schon, müssen wir deutlich machen, dass Gott nicht nur in Zeiten der Not jemand ist, den man anrufen kann, sondern jemand, den wir brauchen in unserem alltäglichen Leben. Und ja, ich hoffe, es gelingt, den engagierten Christen diese Botschaft rüber zu bringen. Offenbar gelingt es unseren Kirchen nicht mehr so richtig. Wenn man jetzt als Einzelperson auf die großen Herausforderungen unserer Zeit blickt und auch die Veränderung unserer Zeit, dann kann man manchmal den Eindruck haben, gerade wenn man jetzt nicht in der Politik solchen Einfluss haben durfte wie Sie, dass man überhaupt nichts bewirken kann. Was würden Sie sagen, was kann man auch als Einzelperson, als einzelner Christ tun oder beitragen, um etwas zur Veränderung der politischen Weltsituation beizutragen? Das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen. Hier an der FDH die Menschen nicht. Beten ist immer eine gute Möglichkeit. Sie stärkt einen selber und sie gibt einem auch das Gefühl und die Gewissheit, dass man nicht allein ist. Zweitens, man kann in Gruppen zusammen etwas tun. Ich sage mal beispielsweise, was ja großartig gelaufen ist bei der Betreuung von Ukrainerinnen und Ukrainer, die aus dem Krieg geflüchtet sind. Das hätte der Staat ja gar nicht allein schaffen können. Eine Million Menschen sind hierher nach Deutschland gekommen aus der Ukraine. Da hat man geholfen, ist denen beigestanden. Das ist ein Beispiel und wir haben aber eine ganze Reihe auch von sozialen Werken in unseren Kirchen, in unseren Freikirchen, die ein tolles Beispiel dafür sind, wie man einander unterstützen und helfen kann. Was würden Sie unserer deutschen Politik heute raten angesichts der weltpolitischen Lage auch in Bezug auf die Christenheit und auch den gläubigen Politikern, die es ja mit Sicherheit gibt? Also ich bin zunächst mal dankbar, dass die Ampelkoalition wieder die Position des Beauftragten für internationale Religionsfreiheit eingerichtet hat. Das ist ein gutes Beispiel. Und dann würde ich aus langer Erfahrung raten, streitet nicht, zumindest nicht so viel, sondern überlegt euch, was ihr machen wollt und dann führt es durch. Dass ständig Themen kommen, zurückgenommen werden, verändert, verunsichert die Menschen unwahrscheinlich. Und in einer Zeit, wo ohnehin die außenpolitischen Umstände verunsichert sind, eine Regierung zu haben, die noch zur Verunsicherung beiträgt, ist nun wirklich kein Stabilitätsgewinn. Ich wünsche mir wirklich, dass diese Regierung Erfolg hat. Sie ist die nach der Wahl eingesetzte Regierung und die unterstütze ich auch. Aber das, was da im Augenblick passiert, kann so nicht weitergehen. Wir kommen zur letzten Frage. Was gibt Ihnen zum Schluss Hoffnung in diesen turbulenten Zeiten und was möchten Sie unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben? Bei allem, was wir an Problemen und Schwierigkeiten jetzt haben, können wir dankbar sein, dass wir noch in einer so guten Situation leben. Dass wir nicht nachts, wenn wir einschlafen, damit rechnen müssen, dass bei uns Bomben einschlagen, Raketen einschlagen. Es gab schon viel schwierigere Situationen in unserem Land. Eine junge Generation, die ihre Jugend im Krieg lassen musste beispielsweise. In einem Land, in dem Juden ermordet wurden. Da können wir doch sagen, bei allem leben wir doch noch in einer glücklichen Situation. Und dafür, finde ich, müssen wir jeden Tag dankbar sein. Und auch dankbar dafür, dass wir in einer Situation leben, in dem wir unseren Glauben frei leben können. Indem wir zu Gott rufen, im Danken, in unsere Sorgen vortragen können, ohne damit rechnen zu müssen, dass wir während unseres Gottesdienstes ermordet werden, wie in vielen anderen Ländern der Welt. Also diese Botschaft, finde ich, sollten wir nach draußen tragen. Und es trägt mich auch. Ich hatte auch in meinem politischen Leben Enttäuschungen. Und da habe ich dann mir immer gesagt, fest in Gottes Hand, darauf kann ich mich verlassen. Und dann war es auch möglich, ohne Groll weiterzumachen. Und das möchte ich den Menschen wünschen. Denkt daran, ihr seid fest in Gottes Hand. Das hilft in schwierigen Situationen. Herr Prof. Kauder, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern Gottes reichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.